Johann Michael Knapp war württembergischer Hofbaumeister in Stuttgart. Leben Sein Vater Johann Michael Knapp stammte aus Diezingen und war Bäckerobermeister in Stuttgart. Seine Mutter Elisabetta Margareta Bauder kam aus Weiblingen, 09 besuchte er die Polytechnische Schule in Karlsruhe. Ab 1815 durfte Knapp Kunststudien bei Johann Heinrich Dannecker in Stuttgart betreiben. Er verbrachte Lehrjahre in Mailand und in Rom. 1820 zeichnete er bei Giovanni Salucci Konstruktionspläne für die Grabkapelle auf dem Württemberg für Königin Katharina. Eine Niapelreise brachte ihn 1820 einundzwanzigste auch nach Pompeji. Von 1829 bis 1832 arbeitete er bei der Erforschung und Illustration etruskischer und frühhellenistischer Baudenkmale in Sizilien und Italien. 1837 heiratete er Josefine Sophie Haag, die Ehe wurde 1849 geschieden. 1840 wurde er zum württembergischen Hofbaumeister ernannt. Werke Nach 1840 baute er den Bergheimer Hof, ein Haus in pompeianischem Stil für den Schriftsteller Friedrich Notter. 1841 zeichnete er erste Entwürfe für die geplante Jubiläumssäule zum 25-jährigen Regierungsjubiläum König Wilhelms I. Auf dem Stuttgarter Schlossplatz Das bekannteste Werk Knaps in Stuttgart entstand dann von 1841 bis 1846 zu Ehrenkönig Wilhelms I. Gekrönt wurde sie 1863 von der 5 Meter hohen Bronzefigur der Concordia, der altrömischen Göttin der Eintracht. Den Abschluss des Schlossplatzes nach Norden entlang der Königstraße bildet der spätklassizistische Königsbau. 1855 bis 1859 erbaut von der Hofarchitekten Johann Michael Knapp und Christian Friedrich von Leinz. Außerdem war er beteiligt an der Gestaltung der Parkanlagen des Schlossplatzes und verschiedener Stadttore. Punkt. Schriften. Knapp J. M. und J. G. Gutenzonen, Denkmale der christlichen Religion oder Sammlung der christlichen Kirchen Roms. Rom 1822 bis 27. Auch. Die Basiliken des christlichen Roms. Mit 50 Kupfertafeln. München 1843. Pfingstraße.